um die überlebte Ich müsste es immer mal so eine Stimme geben, die er eben so sagt, wenn man sich verletzt. Sagen wir nicht. Ah, ich weiß nicht. Nein, das ist so. Hier ist er, wenn ich den Baby schaffte, dann geht es da oben weiter. Da. Ich bin die Kind. Ich sehe nichts. Ich finde das scheiße, wenn ich nichts sehe. Kann wohl da nicht blind zu sein? Ja. Was meint ihr? So, jetzt öfters ausfallen. Nein. Und Gibi? Wahrscheinlich auch nicht. Ja. Naja. Mensch, wie sie wäre krank gewesen. Ich bin auch krank. Ja, ich bin auch krank. Ey, los, erzähl mal ein paar Geschichten, wenn ich schon gesagt habe. Nein. 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 Das ist einfach nicht lustig. Man macht sich nicht über... ...hörte lustig. Man macht sich nicht über diese alte Männer lustig. Doch. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Doch, aber... Mach ich aber. Aber nicht über später. Ja, schwer ist cool. Nein. 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 Das ist doch noch nie bei dem Unterricht. Schön. Jetzt muss er sehr, sehr nett zum anderen abaltern. Was sollte das? Ohhhh. 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 Das ist doch auch. Ja. Ohhhh. 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 Ich hoffe ich nicht. Das ist nur so ein Ding. Ich habe eh keine Brüste. geht das ist ja auch nicht ein erwarten das erhält es so weiß also die drei gern die geboten so was erwartet definitionen das ist doch weil es das war alles kann ich da nicht dran schießt also das ist doch Papier. So Papierwände wie in China. War das China oder Japan? Weil das durchlaufen kann. Wie geht das hier weiter? Wie geht denn das? Ja, hier als nächstes. Hat die geile Uli schon beschrieben? Ja, checkt. Über die geile Evelyn hier, die 68 Jahre alt. Warte, fuck. Aber weißt du, wer geschrieben hat? Ja, gleich jetzt mal. Oh, geil. Ach, deswegen arbeite ich gerade nicht im Bergmaß, deswegen. Ah, aber ich darf nicht schicken. Ja, und Trisha aus der Slowakei. Er hat auch geschrieben. Aber dieses Slowakei. Das ist nur ein. Außerdem ist es nur ein. Das ist wunderschön. Meist kann man es brunnen. Das ist komisch. Ich hab irgendwie dann weniger Bilder. Ey, warte mal, kann man das machen. Obwohl sie mich eigentlich einhört. Schließt auch auf fleißige Pullen. Ja. Vor allem wenn ich mein Geld. Die klauen doch nicht. So, drei, zwei, eins. So, drei, zwei, eins. Wann hab ich ein Pullwitz gemacht? Scheiße. Als du ausgebunden hast, dass das eigentlich zwei Pulle ist. Das ist immer ein. Zum Verbild. Da hast du mal. Einmal gesagt. Da hast du ein Pullwitz nach dem nächsten gelissen. Einen. Einen einzigen. Außerdem. Ich fand sie gut. Außerdem nur ein. Welchen? Welchen? Ich weiß keinen mehr. Ich hab doch nicht ein nach dem nächsten gelissen. Ich fand sie zu diesem Zeitpunkt. Witz. Aber ich weiß es nicht mehr. Hm. Ich bin nicht so der Typ, der die Leute danach beurteilt. Aber ich weiß, dass Alexander da immer total ausdickt. Und das finde ich ganz lustig. Ich wurde aus der Wand geschoben. Auf den Paula. Ah, Gott. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das ist das Problem. Ist das Paula? Hä? Was ich causa? Was ich ROCKEN DO? Quatsch. Also, was sagst du was du? ba dumm. mich sad. Was ist das? Ich baue opportunities zurecht. Nein. Doch. M стан ich nicht! Es ist kein Back, aber das ist eben auch immer zu gehen. Aber ich weiß nicht mehr wie es geht. Ich weiß nicht mehr wie ich weiterkomme. Kein Zeit und Frage der Punkt ist. Ich bin nicht ein Angesaden. ich kenne ich kann einen ja schon ja so 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 cool ich habe doch nicht gesagt dass sie klauen hat man geht das hier ich muss ehrlich sagen ich kann mich da absolut gar nichts ich kann mich nur einmal daran erinnern als Daniel gesagt hat er steht jetzt nicht mehr so auf Paul hat Christian gesagt und dann ja auch Alex da haben wir so Späße über Alex gemacht der hat so viel Energie wenn er ausrastet ja du stehst halt auf fleißige Paul wie ein kleiner schmächtiger wie über Alex ablässert die Folge über Alex ablässert ja das ist schon gut er überlegt während er springt bei mir das war sogar ein Verruf das war ein gut aber jetzt das war das ist ich würde gerne wissen was passiert wenn ich mich jetzt hier irgendwie wenn ich mich umoperieren lasse ja alles klar nein wenn ich mich jetzt hier irgendwie hier hin teleportiere ob ich dann da rüberfliege warte mal ich gucke mal ey besser mann cool das gibt es jetzt ein würfel mitnehmen ha 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 kann ich nicht mitnehmen du bist ein würfel 5 minuten ich muss den würfel da reinschmeißen und dann muss ich das selbst machen ok let's go let's go to the world scheiße das ding ist da oben ja einfach dahin junger jetzt speedrun jetzt nein ich kenne gerade keinen wie geht es weiter die musik ist copyrighted ich darf das lied nicht zu ende spielen erst mal auf na doch wenn du es selber machst du auf die bahn oder ich spiele das lied einfach nicht zu Ende so fertig bitte schön ich atme nicht so weit jetzt bist du glücklich dass ich jetzt nicht anfange zu singen oder riechst du nur dein atmen dein oreo atmen nein aber so also du atmest nur so ich dachte mal ich muss atmen nein musst du nicht du nimmst deine luft durch die ohren auf nicht durch atmen durch die ohren durch die ohren das kann ich aber nicht okay tja dann bist du zu blöd zum leben dann tut es mir sehr leid für dich ich habe dich durch die ohren nur aus wir gehen irgendwie egal also das ist dir auch ja wir haben dir auch wir haben dir auch mit Geo das bist du gar nicht nein das ist mein Haus nein das ist mein Haus nicht mehr ganz noch nicht mehr ganz oh Gott ok jetzt Paul ist safe und mach einfach escape bleib einfach mit der Paul ich glaube ich bleib jetzt einfach steht und verstehe die ganze Zeit die Ohren oh Gott nun dann kann ich das noch warte mal ich mach noch eine Sache oh komm Alter ich weiß noch 35 Bitches wir haben noch wir haben noch 5 Minuten naja wie machen wir es 45 haben wir noch 7 pausame Woche ich kenne mich noch dran als wir immer Mario 64 gespielt haben das war dann so zum Schuljahrsabschluss wo ich dann wo wo dann immer so Knallsommer war und ich dann zu Hause boah bin ich gut Junge alles gut ich bin genauer mischt krass wo ich dann zum Schuljahrsabschluss immer noch nach und nach der Olle Mario 4 den Pool gesprungen bin und dann saß ich da immer klitschnass im Chimierraum der 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 im Block ja und der der das der 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 Warte mal! Ja, genau, Schmerz hier vorhin. Die Ohren, du möchtest, vielleicht. Das wird... Christian, du hast auch Mitleid mit... Keine Ahnung, Daniel. Ja. Na, ich mach jetzt mich mal zu überlegen, um ab und aus zu grenzen. Ja, und wieso machst du das denn mit Alex? Was machst du doch nicht? Wie jetzt? Komm, komm, du hast doch auch immer gesagt, wir nehmen dann lieber doch Daniel mit ins Zimmer als Alex. Hab ich nie gesagt. Doch, hier in der Klassenfahrt. Was willst du? Was willst du? Was willst du? Ich bin fertig. So, speichern aus, jetzt los. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Vielen Dank.